Dann ein herzliches Grüß Gott aus der Vitalwelt Schliersee. Das letzte Mal bin ich Radl gefahren, bin dann in den Zaunagangen, aber die Vitalwelt steht ja nicht nur für Wohlfühl und Gesundheit. Zur Gesundheit und zum guten Geschmack gehört auch ein gutes Essen. Ja, auch erst noch von mir ein schönes Servus hier aus dem Charivari in der Vitalwelt. Wir haben jeden Donnerstag bei uns über den ganzen Sommer den Kappersabend. Heute leider war nicht so schön Wetter, da müssen wir drinnen sitzen, aber ansonsten geht es natürlich jeden Donnerstag ab 18 Uhr draußen auf der Charivari oder der Seeterrasse bei schönsten Blick in die Berge. Und meine Favoriten sind ja die Elbige am liebsten. Und wenn er den schönen Meersalzen, Boliden und das ist einfach herrlich. Und wie gesagt, ihr seid alle recht herzlich eingeladen zu uns hier im Charivari an jedem Donnerstag ab 18 Uhr zu unserem Papersabend. Fanien In Schluck Mitteln Im Saal Im Saal Untertitelung des ZDF, 2020